Wer hätte das gedacht? Kylie Minogue, die sich immer selbstbewusst in knappen Outfits und High Heels präsentiert, ist in Wahrheit sehr unsicher. Das verrät die 45-jährige Sängerin in einem Interview mit dem Magazin Stylist. Nach dem Fotoshooting für die Zeitschrift sagte sie, sie habe nicht einmal auf den Monitor geschaut. Denn alles, was sie sehen würde, würde sie hassen. Und dann würde sie immer unsicherer werden und am Ende des Tages würde sie sich selbst hassen. Dieses Geständnis klingt eigentlich schon fast ein wenig krankhaft. Nicht sehr hilfreich dürfte da sein, dass viele Leute ihr neues Video Sexercise für Müll und einen geschmacklosen, billigen Softporno halten. Außerdem sagen einige, sie sei zu alt für so etwas. Doch Kylie erklärte in dem Interview auch, dass sie Herausforderungen liebe. Im Zweifel erinnere sie sich immer an den Ratschlag ihrer Oma. Sie sagte zu ihr, nun Kylie, schwimm mit dem Strom. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.